Musik Sag mal, wie kannst denn du, wie kannst du so eine Musik hören? Ey, weißt du, ich sing's grad mit Nicole. Na hör dir das doch mal an, falls denn morgen überhaupt noch eines eurer Kinder lebt. Weil heute Nacht euer Himmel von Stahlgewitter bebt. Yeah! Das ist doch voll zum Kotzen. Ey, ganz ehrlich, das ist richtig geile Mucke. In Schwärmen fallen sie über uns her, wie Heuschwecken, wie eine Welle am Meer. Sie glotzen unsere Frauen an, ziehen uns am Bahnhof ab. Aber Mann, jeden Mann schlagst du den Schild ab. Kim, das ist menschenverachten. Oh Mann, fängst du jetzt auch an, auf dem Rum zu hacken? Ey Mann, sowas färbt ab, verstehst du? Wenn du den ganzen Tag so eine Scheiße hörst, dann... Dann... Ah, du bist manchmal so ein romantischer Typ, stimmt's? Bleib doch mal beim Thema. Oh du, ich wollte dich mal was fragen. Wie findest du eigentlich den Spruch, kein Sex mit Nazis? Naja, wenn ich mir das angucke... Komm her. Pass doch mal auf, das tut ja weh. Ey Kim, was machst du hier mal? Hau ab, du Nazi-Schlampe. Was willst du denn jetzt, du Zecke? Dennis hat gesagt, ihr braucht Hilfe. Ey, bevor ich mir von dir helfen lasse, sag ich die Party lieber ab. Ey, verpiss dich. Ole, beruhig dich mal, ja? Was ist denn jetzt? Soll ich den Scheiß-Generator reparieren oder nicht? Weißt du was? Verpiss dich. So, Ole, beruhig dich mal, ja? Ist doch nett, dass uns Kim hilft. Nett, ja klar, natürlich. Mann, das ist Nazi-Taktik. Mach doch mal die Augen auf. Erst auf harmlos machen und dann Asylbewerber klatschen. Ey, weißt du was? Dann fick dich ins Knie. Ole, ich versteh's nicht. Kim ist doch wie wir alle. Sie will dir helfen. Und du schließt sie aus. Nur, weil sie eine rechte Weltanschauung hat. Ja, und weil sie den Holocaust leugnet und die Demokratie abschaffen will und... Ole! Was sonst noch alles? Alter, das hat sie doch gar nicht gesagt. Ja, aber gedacht. Ja, genau. Mann, versuch doch mal, sie zu verstehen. Sowas kommt doch nicht von irgendwo. Die hat bestimmt voll die Probleme, Sorgen und Nöte und die muss man helfen. Genau. Ach so, na klar. Ja, echt? Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Ja. Altersarmut, die ganzen Ausländer. Ah, die ganzen Ausländer. Also, die Integration fremder Kulturen. Caro, du bist spitze. Ey, Caro, hör einfach auf, ey. Wirklich, ich kotze gleich. Echt jetzt. Ole, pass mal auf. Das reicht jetzt. Pass auf. Kim ist meine Freundin. Und wenn du weiter mit mir befreundet sein willst, ja, dann komm endlich klar damit. Kapiert? Ja, klar. Ja, klar. Die böse, böse Kim will die gute, gute Demokratie abschaffen. Boah, was für ein Idiot dieser Ole. Aber immerhin, ey. Der hält wenigstens zu seinen Freunden. Und ich, wir können ja nicht mal der Nicole von Dennis erzählen. Von wegen Zusammenhalt, ey. Scheiße. Lass das mal. Ja, gut. Guten Abend, ihr Herrschaften. Guten Abend. Kannst du nicht anklopfen? Das ist mein Haus. Dann mach ich die Regeln. Verstanden? Ja. So, was ist das mit der Miete? Mann, ich hab das Geld. Das hab ich aber nicht hier. Ich geh morgens zur Bank. Nach verarschen kann ich mich auch alleine. Ach. Ist das das, was ich denke? Lass den Motorrad schließen. Schnauze! Weißt du, was ich jetzt mache? Ich verkauf die Karre und krieg mein Geld. Das ist ne ganz einfache Rechnung. Sag mal, spinnst du? Die ist doch viel mehr wert. Hoffentlich. Außerdem gehört die Dennis. Kim, Kim, ist schon okay. Lass mal. Nee, das ist überhaupt nicht okay. Hey, Mann! Ich will noch Ahnung, Herr Baumann. Jetzt gib den Schlüssel her. Vorsicht! Du hast eine Sitzen! Gib mir den Scheiß-Motor-Anschlüssel! Kim, komm her. Das hab ich da bloß großgezogen. Wenn der Ralf das wüsste, dass du mit so einem Hippie rummachst, das würde dem nicht gefallen. Bist mehr, wenn die Ralf das w 2025 machen würde, Untertitelung des ZDF für funk, 2017